hallo was ist ja meinst du den typen die ich gerade eingeladen hat man floreal florenzen der florist aus florida das war ich ich hab dich ja brauche ich ich drück bord juri grad die ganze zeit rein danke so zeigst du deine liebe na ja auf jeden fall immer auf die alte aufschlauchschlange so machen dass die russen also ich bin ja für c da ist er wieder eingerissen weil junge florian hör auf mich anzuschießen knif 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 Komm hol die ab Hol den Kopf ab Hol den Brett Ja da ist der Brett Wo ist das Brett Da ist das Brett Easy Brett Ja peak Ja gib die Bombe dem mit 1 HP Ja weißt du Ich geb auch dem noch nen Flashbang Ich hab weggeguckt Ey du kannst mich mit ner Flashbang killen Echt? Ja Das wird ner Smoke Ah Awww Oh planten Ach du Fickse Er hat fast geplant Stichst du den ab Nicht blocken Nicht blocken Okay Hier Jetzt Müsst ich einfach nur ab Wer ist Dings KKKKKK KKKK KKKK Das KKK Der Crazy Clowns Club Knauze Stück runterziehen Ey Florian Nein Nix Nix Idiot Muuuuh Scheiße Muuuuh Ja Lügner Bist tot Aber hey dafür hast du auf 1 Affäre mit deiner Freundin Hahahaha Hahahaha Weil Junge Florian hör auf mich anzuschießen Hä Man Ein%on Oh, das war mein Liebling von denen. Ich find's geil, wie mir jeder zuhört. Oh, bitte. Okay, sprich, was wolltest du sagen? Nö, schon gut. Ice Devil hat wirklich 7 Tageban. Das hab ich doch vorhin gesagt! Hat grad irgendwer was gesagt? Irgendwas hab ich gehört. Frick gemacht. Und da leider nicht den Zweiten. Oh, danke für die M4. Wetter, Herr Florent. Die gehen A, du Null-Checker, Mann. Oh, die haben die Bombe da gejiggert. Die gehen A. Steppt doch nicht, hallo? Er steppt einfach nicht. Steppt doch nicht! Der hat sich grad die Bombe gejiggert, ne? Hat der nicht! Ich weiß, aber das sind beide. Ja, dein Maul! Junge! Kraft doch, kraft nicht, kraft nicht, kraft nicht! Mach die Raffung! Ah, da kommen sie alle! Oh, die kommen sogar wirklich! Oh, ich... Ah, ich hab den Bot! Der B, der on A. Du, die elender Bostard, Alter! Das ist ein Bot noch, ne? Oh, Bot! Als hätte Flo's nicht gerade noch gesucht. Die sind schon close, Alter! Die sind schon Miroslav! Oh, der Bot hat eine Arfe! Ja, ich weiß. Er wird wieder B. Let's fuck him, guys! Let's fuck him! Let's fuck him! Einer kommt jetzt, Juncker! Das ist so eine Hure! Als ob das... Das war niemals ein Headshot! Das war nicht mal in den Weiten von Narnia, das Gs-stummen Headshot. Das war nicht mal in den Weiten von Gnarnia. Das Gs-stummen. Ey, wie ist das eigentlich, wenn ich als Bot Kills mach? Wird mir das dann gut geschrieben oder dem Bot? Wenn du als Bot Kills machst, äh, dem Bot. Aber das ist ja richtig behindert, warum spiele ich denn dann? Runden zu gewinnen. Junge, ich, wenn ich als Bot spiele, kippe ich nur krass rein, Mann. Oh, ich, ich hab den Bot. Oh, ich hab den Bot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017